Mara, neun Jahre behauptet, ich finde in 90 Sekunden in mehr Suchbildern den Fehler als Profifußballer Sebastian Bönisch. Klein gegen groß, auf los geht's los! Wenn das erste Bild kommt, läuft die Zeit. Richtig. 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 Sie können gerne versuchen mitzuspielen, meine Damen und Herren. Richtig. Richtig. Genau da, andere Farbe. Stimmt. Ja, das sind zwei Bilder. Ja. Ja, nochmal. Ja, stimmt. Richtig. Nein, das war knapp daneben. Stimmt. Ja. Ja. Ja, noch 15. Richtig. Ja. Und das war auch noch richtig. Es ist wirklich unglaublich, oder? Verrückt. Ja, man hat noch gar nicht begriffen, was eigentlich auf dem Bild zu sehen ist. Da hast du schon den Fehler gefunden. Also es ist wirklich verrückt. Also ganz toll gemacht, ganz großen Applaus. Und jetzt auch dir viel Glück, viel Erfolg. Danke. Und hier ist das erste Bild. Aber knapp daneben noch. Ja. Aber knapp daneben noch. Ja. 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 Muss natürlich auch genau punkten. Ja. Ja. Ach, das war knapp daneben gedrückt. Ja. Da gucken wir doch mal, ob der, der war hier, glaube ich, ne? Der war hier. Richtig. Ja. Der hatte den nicht angenommen. Also. Den haben wir noch gezählt. Und ich muss sagen, es war wirklich sehr, sehr beeindruckend, Sebastian, was du geschafft hast. Aber Mara war ein ganz, ganz kleines bisschen besser. Du hast elf Bilder richtig gelöst. Bei Mara waren es 15. Aber wirklich toll gemacht. Super. Lass mich mal nach vorne gehen. Mara. Ja. Toll gemacht. Gewonnen. Wenn ihr noch mehr coole Challenges sehen wollt, dann gibt's die hier in der Mediathek. Und hier gibt's das nächste Video. Also, abonniert den Kanal und denkt an die Glocke.